Nein, ich werde jetzt nicht schauen, dass wir jetzt nicht tausend Steine abfahren müssen. Das versuche ich natürlich außerhalb zu machen. Warum will ich jetzt gerade eine Karotte an der Wand platzieren? Oh, 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 oh. Hallo und willkommen zurück bei Minecraft Pocket Edition Windows 10 Edition auf meine Kaffee. Stimme ist weg. Und ja, jetzt habe ich schon das erste Problem. Verdammt, hier schneid es rein und ich komme hier nicht hoch, weil das schnee, nirgends, super. Aber ich schneide, ja. Okay, den Weg muss ich überdachen, sonst wird das nichts. Oh, wie cool. Wie cool ist das denn? Genauso was wollte ich haben. Okay, jetzt kann ich jetzt zwar nicht zu Sari gucken, aber egal. Aber ich habe mir jetzt Gedanken gemacht, was ich bauen werde. Und ja, dafür brauche ich Platz. Dafür brauche ich richtig, 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 richtig. Einigermaßen viel Platz. Deshalb müssen schon mal ein paar Bäume weichen. Ja, ich nehme mir gerade einen Anschluss der anderen Folge auf. Deswegen kann ich nur nicht auf die Kommentare gegebenenfalls eingehen. Ähm, was ihr zu der ganzen Scheißaktion sagt. Aber naja, ist jetzt so wie es ist. Und jetzt machen wir ein bisschen Terraforming und machen uns ein bisschen Platz. Ich muss natürlich auch schauen, dass ich demnächst irgendwo anpflanze, damit wir natürlich nahrungstechnisch nicht vor die Hunde gehen. Aber naja, wird schon irgendwie werden. Ja, ich hatte überlegt, so eine Art Herrenhaus zu bauen. Großes Ding. Äh, ich bin mir gerade noch unschlüssig, ob ich es mit Steinen oder mit Holz mache. Wobei Herrenhäuser sind eigentlich aus Holz, äh, aus Stein. Nur winterliche Berghäuser sind aus Holz. Meistens. Zari würde mich umbringen für meine Aussage vielleicht, weil er wohnt ja so gesehen recht bergig. Aber das ist jetzt nur meine spontane Meinung. Und Herrenhäuser sind normalerweise aus Stein. Problem, ich habe das Ganze Stein nicht hier. Warum haue ich jetzt den Baum ab? Egal. Oh, ist das schön weiß hier alles. Ja. Ja, Bobby, wenn du dir in deine... Nein, brauche ich nicht. Alles gut. Alles, alles gut. Äh. Hallo, Huhn. Wie? Mann, jetzt bin ich verwirrt. Ey, der ganze Schnee wieder da runterfällt. Ist voll witzig. Gut, 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 gut. Konzentration. Okay, hier haben wir ja mitbekommen, dass da ein übelster Haufen Scheiße ist. Und zwar Wasser. Aber ich möchte schon so bauen, dass eigentlich die Front... Ach, komm schon. Warum geht das nicht? Das geht beim PC. Das geht aus der Playstation. Und dass die Front in diese Richtung da guckt. Weil da oben ist ja die Basari. So, da ist die Basari-Ecke. Und genau da soll es hingucken. Also hier ist dann die Front. Jetzt ist halt nur die Frage, wie viel Platz ich wirklich brauche. Also... Das Gute ist, so viel Terraforming muss ich gar nicht machen. Weil es auch ein bisschen erhobener ist. Okay, und hier ist ein Höheneingang. Das ist einigermaßen ungewissig. Andererseits, geil. Können wir wieder Höhenforschung machen. Äh. Jetzt habe ich natürlich nicht vergessen. Hier ist mein... Hier ist mein... Verdammt. Hier ist mein... Hallo? Oh, schade. Jetzt hat es aufgezuschneiden. Wo ist mein verdammter Eingang? Wo ist mein... Ist das jetzt so zuge... Nee, das ist doch nicht so. Hä? Wenn da das ist... Ach, hier. So. Jetzt haben wir es. Hier ist mein Eingang. Sehr schön. Ähm. Ja, ihr merkt, ich bin mal wieder komplett desorientiert. Deskoordiniert. Und habe keinen Stein dabei. Ungünstig. Aber von der Fläche her sollte das hier einigermaßen jetzt hinkommen. Ich würde sagen, wir gehen graben. Wir gehen mal ganz kurz einfach mal hier in diese kleine Höhle. Wo war die denn jetzt schon wieder? Alter, ich habe mal Orientierungssinn. Mann. Wo war denn jetzt? Ah, hier. Ja, genau. Gehen wir mal hier rein. In der Hoffnung, hier ist noch nicht so viel weggebrezt worden. Aber ich glaube nicht. Nein, ich werde jetzt nicht schauen, dass wir jetzt nicht tausend Steine abfahren müssen. Das versuche ich natürlich außerhalb zu machen. Warum will ich jetzt gerade eine Karotte an der Wand platzieren? Ach, du heilige Möhre. Ey, da geht das tief. Warum ist das hier so... Warum ist das hier so diesig, dass das Dichtum vergeht? Ich hoffe, es ist okay so, wenn das halt recht diesig ausbaut. Mit dem Shader. Das ist nicht das Dichtum parkiert, das ist der Shader. Oder die Verbindung von beiden. Kann auch sein. Wie komme ich jetzt hier runter, ohne mir die Hexen zu brechen? Ein bisschen Stein haben wir dabei. Ich habe keinen Federfall. Das ist das Problem. Na? Junge, Alter, wenn ich da runterfalle, ich bin zu tot. Ich muss doch erstmal wieder hier hochkommen. Ah, da geht es wieder. Na, ein bisschen Licht hier rein. Alter, wie tief geht denn das runter? Ist er hier ins Gekraben, hier, oder was? Puh. Ja. Habe ich meinen Eimer dabei? Ja, habe ich. Dann kann ich mir aber so eine Wasserquelle da oben klauen. Wenn die Quelle da ist. Hier hier? Ja. Lalalala. So, bitte, bitte, bitte. Der Eimerchen. Dankeschön. Die ganze Zeit schon vergessen. So, wo sind wir hier? Hier ist Eisen. Eisen brauche ich gar nicht. Wobei, ich muss hier wieder einen Superofen hier bauen. Dann macht das schon Sinn, dass wir uns wieder mal ein bisschen Eisen mitnehmen. Ich habe zwar noch einen Stack dabei, aber der wird bei weitem nicht ausreichen. Eieiei, das ist aber auch Redstone. Da sind wir schon so tief. So, das ist die Sache. Wasser weg. Nehmen wir mal mit. Habe ich natürlich auch zu Hause gelassen. Aber die Erfahrungspunkte brauche ich sowieso. So, also. Gut, gut, gut. Weiße, okay, jetzt ist Gold. Gold-Abo machen. Yo. Ich hoffe, die kommen mal langsam mit dem Specs Textumpack voran. Wobei, ich glaube, die drehen langsam komplett am Rad. Sind gerade am entwickeln für die 016, aber ist die 017 vor der Tür. Also, ich weiß nicht, was denn derjenige, der das ja offiziell macht, jetzt denkt, ob er gleich auf die 017 geht oder... beides mehr zu wünschen. Weil ich weiß gar nicht, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wo das Problem ist. Weil die, äh... Es sind ja immer nur ein paar Items dazugekommen. So viel ändert sich gar nicht. Okay, ein paar Items, ist gleich gesagt. Aber... Das ist auch nicht so schwer. Das kann auch nicht so lange dauern, um mal so ein Texturmpack hier an den Start zu bringen. Ich meine, das kriegen ja sogar unabhängige Leute besser hin. So dürfen sie es ja nicht. Also sie dürfen es nicht veröffentlichen. Gibt es Ärger von denen. Hau, hau, hau. Deswegen nutze ich Specs auch gerade nicht. Du kannst mir zwar von ein paar Leuten hier besorgen, aber... Nee, ich möchte schon offiziell unterwegs sein. Du kannst mir von ein paar... Oh, okay. Ich meine, Zweideutigkeit ist schon wieder da, ne? Juhu! Wir sind in einer Form. Und was... Gibt mir die Hülle noch? Nicht viel. Die Stimme kann ich nicht aufmachen. Ja, gar nicht. Ich brauche mal eine eigene Stimme. Ich gucke zu viel GLP. Viel zu viel. Ich kann auch noch Stimme meinen. Wobei, das ist eher Taddel. Ach ja, so alt und doch so erfahren, ne? Und da schreibt der Uwe, ich bin der Älteste. Passend. Suche gerade Bobby. Zwei, da kann er lange suchen. Da kannst du lange suchen. Moment. Gut. So, jetzt gehen wir nochmal hier weiter. Eigentlich wollte ich Stein besorgen, ne? Was habe ich besorgt? Nur Scheiße. Okay, dann geht es nur wieder hoch. Hier gibt es auch wieder ein paar Sachen. Und da geht es auch komplett abwärts. Na toll. Ich weiß nicht, ob das Geneblige hier euch so gefällt. Das ist halt eine Höhle, ne? Kommt, das nehmen wir auch noch mit. Hä? Das ist euer Auftrag geworden. Hä? Ach komm, die wandern doch jetzt nicht echt hierher zu mir, oder? Ich nehme gerade nur auf. Ich habe mich interessiert. Ich bin schon wissen, wir wollen wo. Na komm. Oh. Oh. Ich mache mal kurz Lichter. Dann sieht es ein bisschen besser aus vielleicht. Na komm. Wo landen wir hier? Auf jeden Fall bei Kohle. Oh Gott. Die Kohle wollte ich jetzt auch nicht mitnehmen. Die Geräusche von Zombies sind sowieso weg. Irgendwas? Oh, da. Okay, hier ist Lava. Vorsicht ist geboten. So. Da ist schon wieder Eisen. Juhu. Wenn ich jetzt ein Tier erfinde, bringt Saria mich glaube ich um, weil ich halt in der Nähe von ihm bin. Er wird mich umbringen. Definitiv. Ich bin dann wie ein Assassinen um die Ecke gehüpft und kloppt mich um. Da ist Gold, da ist sehr viel Lava. Hm. Rettet die Sonne. Da ist auch wieder eine Kacke. Rettet die Sonne mich mit. So. Kein, 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 kein. Nee, ist nicht. Alter, wo kommt denn der Fluss her? Bisschen Akku. Boah, wie ich jetzt hasse. Also den einen Lava-Fluss kann ich nicht schließen, aber den hier könnte ich schließen. Könnte mir das Leben ein bisschen erleichtern. Sicherer machen. Und da oben ist übelst viel Kies. Geht da schon wieder los. Ich dachte, die wäre Kies los. Ist es wieder dunkel für euch? Ich weiß. Das auch schon wieder. Dias. Da sind Dias. Ja, Vorsicht geboten. Der hat mich nicht entdeckt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ach, schade, dass ich die Glückshacke noch nicht habe. Aber was man hat, das hat man. Die Level steigen auch wieder hoch. Das lobe ich mir. So. Guten Tag. Na, willst du hier rüberkommen? Hm. Bleib mal da, wo du bist. Okay, hier ist auch wieder ein Redstone. Und bei mir ist Kies. Ein Fehler und mir kracht alles auf den Kopf. Hm. Also, wie viel Redstone. Krasse Sache. Bist du da oben? Flieg und Sieg. Da. Ruhe vor dir. So, gehen wir mal auf Nummer sicher. Ich weiß noch nicht mal, wo ich hier wieder hochkomme. Ja, ich weiß aber, da war Redstone. Alter, was habe ich denn heute wieder? Mundgulasch wieder. Höh. Wie viel ich hier hochkomme wieder? Bin mir komplett verrannt. Höh. Also, ich will das Schluck auf. Super. Alter, wie viel Redstone ist denn hier bitte? So nicht normal. Ja, am besten falle ich noch da rein. Hat ja nicht gelangt, dass Lava mich gestern schon umgebracht hat. Vorgestern. Je nachdem. Okay. Na, füß mal auf. So, jetzt sind wir hier. Ist hier noch was? Na, das ist ein Eisen. Ach, Mann. Erstmal aufhören, Wasser. Oh, mich selber ein. Glückwunsch. So, noch irgendwas zu finden sein hier. Irgendwas Interessantes. Rettet es doch. Auf jeden Fall habe ich so und hier und da ein bisschen Stein schon mal gesammelt. Ich werde noch nie wieder aus der Hülle rauskommen. Es ist scheiße dunkel. Upsi. Ups. War das Amagenon losgelöst. Okay, stellen wir es mal kurz hier hin. Nenn mich Gott. Oh. Ja. Sehr toll. Was sind denn das hier schon wieder? Ich bin noch extra von dem scheiß Berg weg, der nur Kies hatte. Und jetzt bin ich schon im nächsten Kiesberg. Ups. Dumps, Dumps, jedoch zu größer Höhe. Rest in Peace. Rapp. Glückwunsch. Glückwunsch, Glückwunsch, Glückwunsch. Ich komme jetzt hier wieder raus. Ich will hier wieder raus. Ich mag das nicht. Bum, 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 bum. Na, das ist doch doof. Ich dachte, Slimes bekommen keinen Fall Schaden. Der war gut. Jump Slime, ne? Für die, die es nicht wissen. Denkt mal drüber nach. So sollen wir hier kurz rauskommen. Nimm den Stein mit, den es hier so gibt. Und zwar überhaupt nichts sehen, ob ich jetzt gleich wieder irgendein Kieskack reinkomme. Dave Pro oder was? Machen die dann schon wieder für eine Scheiße? Ist das euer Ernst? Ich finde, die Leute, die können sich einfach nicht benehmen. Mann, Föhn. Ich finde, man sollte immer auf PvP-Sauber gehen, wenn man sich nur boxen will. Bei Daves Gebäude? Die haben sich auch nicht so weit entwickelt. Wow. Ich hasse es. Das war tödlich fast. Okay, da erwartet mich noch viel mehr davon. Nö. Komm schon, geh weg. Weg, weg. Oh, ich hatte auch noch so gute, ähm, na, sag mal. Das war ja auch wieder doof. Sag mal, was mache ich denn hier? Gute Schaufeln gehabt. Als ich gestorben bin. Mann, Mann, Mann. Ganz tollen Waffen. Alles weg. Ja. Komm jetzt hier langsam mal wieder oben raus. Wäre zu wünschen. Wie kommt die junge Balsari jetzt raus? Das wäre böse. Komm schon. Ist das so langsam? Sollten wir irgendwann ankommen. Ja. Oh, hallo, Sari. Okay. Das war jetzt auch eine Idee. Gut. Dann weiß ich aber, glaube ich, wo wir hin müssen wenigstens. Und zwar da vorne hin. Oder? Sag mir bitte ja. Da ist unser Zuhause. Und da gehen wir jetzt kurz mal rein. Und dann würde ich sagen, war es das heute? Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ein bisschen wildes Rumgebuddelt. Naja, aber würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.